Hallo liebe Volleyballer da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen YouTube-Kanal Volleyballfreak. In diesem Video werde ich ein bisschen was über die Rotationsregel im Heimvolleyball erzählen. Das Thema richtet sich speziell an Einsteiger in den Volleyball. Das Video gehört zu einer ganzen Serie von Einsteiger-Videos, die geplant sind. Am Ende des Videos packe ich euch eine Playlist rein. Dort werdet ihr dann von Zeit zu Zeit immer weitere neue Einstiegsvideos finden. Und nun viel Spaß mit der Rotationsregel. Eine Volleyballmannschaft besteht in der Halle aus sechs Feldspielern. Die holen wir jetzt erstmal rein. Bei den sechs Feldspielern muss man unterscheiden in die drei Vorderspieler. Das sind die, die sich vorne am Netz befinden und die drei Hinterspieler. Der nächste wichtige Punkt, den ihr wissen müsst, ist, dass die einzelnen Positionen durchnummeriert sind. Dabei fängt alles hinten rechts an mit der Aufschlagsposition. Das ist die 1. Und dann wird entgegengesetzt, dem Uhrzeigersinn gezählt. Vorne am Netz rechts ist die 2, in der Mitte die 3, vorne links ist die 4, hinten links ist die 5 und hinten in der Mitte ist die Position 6. Durch die Startaufstellung zu jedem Satz wird zugleich für jede Mannschaft die Aufschlagsreihenfolge festgelegt. Der Spieler auf der Position 1 der aufschlagenden Mannschaft beginnt mit dem Aufschlag. Und sobald das Aufsteigsrecht verloren geht und danach wieder irgendwann zurückgewonnen wird, greift die Rotationsregel. Das heißt, der Spieler, der vorher auf der Position 1 stand, muss jetzt auf die Position 6 wechseln. Der Spieler auf der Position 6 auf die Position 5, 5 auf 4, 4 auf 3, 3 auf 2 und der Spieler, der vorne am Netz auf Position 2 stand, wird jetzt zum neuen Aufschlagspieler. Das heißt natürlich zum Beginn des Satzes für die annehmende Mannschaft, also die, die den Aufschlag nicht hat, wenn sie den Punkt gewinnt, dass nicht der Spieler, der auf der Position 1 gestartet ist, den ersten Aufschlag macht, sondern durch die Rotationsregel, weil sobald der Aufschlag gewonnen wird, die Mannschaft eine Position weiter rotieren muss. Der Spieler, der vorher auf der Position 2 eben war, den Aufschlag und somit den ersten Aufschlag im Satz für die Mannschaft macht. Das ist häufig einer der Einsteigerfehler, die von vielen Unwissenden zum Anfang begangen werden. Das ist jetzt nicht gravierendes, weil das meistens eh im Hobbybereich passiert, aber wenn man das weiß, passiert einem das nur einmal und beim nächsten Mal eben nicht mehr. Die Rotationsreihenfolge wird auf dem Spielberichtsbogen notiert und so kann der Schreiber jederzeit feststellen, welcher Aufschlagspieler gerade den Aufschlag ausführen sollte. Ist ein falscher Aufschlagspieler an der Reihe und macht den Aufschlag, gibt der Schreiber dem zweiten Schiedsrichter ein Zeichen, dass ein Rotationsfehler vorliegt und der zweite Schiedsrichter pfeift in diesem Fall ab und die gegnerische Mannschaft bekommt den Punkt und den Aufschlag zugesprochen. Tritt ein solcher Fall ein, muss der Schreiber zugleich kontrollieren, ob in den vorherigen Rotationsfolgen eventuell auch falsche Aufschlagspieler die Aufgaben gemacht haben. In diesem Fall werden alle gemachten Punkte aus den vorherigen Spielzügen annulliert. Ist der Schreiber und das Schiedsrichter nicht in der Lage, den entsprechenden Spielstand zu ermitteln, werden keine weiteren Punkte aberkannt, sondern es gibt nur den Strafpunkt und den Aufschlag für den Gegner. Wie das Ganze im Spielberichtsbogen aussieht, findet ihr in anderen Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Dazu klickt ihr jetzt entweder das eingeblendete Video rechts in der Ecke, da kommt ihr direkt zu der Playlist zu den Spielberichtsbögen ausfüllen oder am Ende packe ich euch auch nochmal einen entsprechenden Link zu der Playlist rein. Die Unterteilung in Vorder- und Hinterfeldspieler sowie die Nummerierung von 1 bis 6 hat noch einen weiteren Hintergrund. Und zwar muss man auch auf Positionsfehler aufpassen. So dürfen ein Hinterspieler der Position 5 nicht vor dem Spieler auf der Position 4 stehen. Weiterhin darf ein Spieler der Position 6 nicht vor dem Spieler der Position 3 stehen. Und ein Spieler der Position 1 nicht vor dem Spieler der Position 2. Weiterhin geht es auch nebeneinander, das heißt, der Spieler auf der Position 6 darf nicht links von dem Spieler auf der Position 5 und nicht rechts von dem Spieler auf der Position 1 stehen. Und vorne genau das gleiche, der Spieler auf der Position 3 darf nicht links von der Position 4 stehen und nicht rechts von der Position 2. Zum Thema Positionsfehler bzw. auch Aufstellungsfehler genannt, werde ich euch nochmal ein separates Video fertig machen. So, das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Video zur Rotationsregel und der Aufschlagreihenfolge. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt was in die Kommentare rein, damit alle was davon haben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auf einen meiner nächsten Videos wieder einschalten würdet. Bis bald, euer Volleyballfreak Steffen. Tschüss. Bis bald, euer Volleyballfreak Steffen. Tschüss. Bis bald, euer Volleyballfreak Steffen. Tschüss.